Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. So, ja, jetzt kommt ein spannendes Thema. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Ja, analog versus digital. Ja, das wird ein großer Spaß. Ja, ich mache das jetzt gar nicht so sehr als Trigger-Geschichte, damit alle mal wieder irgendwie gleichzeitig aus dem Koffer hopsen. Ja, wird mit Sicherheit passieren, aber das ist nicht mein grundsätzlicher Ansatz. Nee, es haben wirklich sehr, sehr viele in der letzten Zeit tatsächlich genau diese Fragen gestellt, so analog gegen digital und finde es nicht digital doch besser als analog. Und analog, oh mein Gott, wie veraltet das doch alles ist und wie schlecht und na, na, na. Und dann habe ich ja auch in einem der letzten Videos gesagt, irgendwie ja, wie ich sozusagen, was ich denke, was man so im Digitalbereich ausgeben muss, um mit analog irgendwie mitzuhalten. Und dann gibt es ja Leute, die das ganz anders sehen, also haben ja auch einige konkret drunter geschrieben. Ja, zum Beispiel der Peter von Phono Phono, der gibt so als Richtlinie raus, Analogpreis mal vier ist Digitalpreis. Was man so investieren muss, um auf gleichem Niveau zu landen und jetzt ist das bei dir aber so, dass du fast eins zu eins, wenn sogar vielleicht sogar ein bisschen im Vorurteil zu digital das beurteilst und wieso sind da eure Aussagen so extrem unterschiedlich und so weiter und so fort. So, und jetzt mal ganz abgesehen jetzt nochmal von der Fraktion, die HE sagt, alles muss durch mindestens einen DSP durchlaufen, sonst kann das ja schon mal gar nichts. Und 17 Lautsprecher ist das Minimum, wird in der Anlage gehört, einmal Surround aus allen Ecken. Wenn das nicht aus allen Ecken dröhnt, dann ist das sowieso schon doof. Ja, er ist irgendwie ein weites Feld. Ich versuche da so ein paar Sachen irgendwie aufzudröseln, aber stellt euch darauf ein, das wird jetzt ein relatives Labervideo und vermutlich, wie ich mich so kenne, wird es auch ein bisschen länger werden. Also holt euch schon mal einen Kaffee und macht es euch gemütlich. Jetzt legt Onkel Thorsten mal wieder los und erzählt so einen Schwank aus dem Leben. Ja, pass auf. Ich fange jetzt wirklich auch mal mit einem Schwank an. Und der hat überhaupt gar nichts zu tun mit Hi-Fi. Der hat noch nicht mal, genau genommen hat der noch nicht mal was mit analog und digital zu tun. Ich bin ja, das habe ich ja schon hier und da mal erzählt, ich bin ja eigentlich ein Filmmensch. Also nach meiner aktiven Hi-Fi-Zeit bin ich in die Filmbranche gegangen. Also erst habe ich noch eine Weile als Fotograf gearbeitet, aber ich hatte dann das Glück, in die Filmbranche reinzuwechseln und so weiter. Und das war noch irgendwie vor 2000. Also damals hat man tatsächlich, also da hat Film tatsächlich auch bedeutet, man dreht auf Film. So, das war damals, 35mm Film war der Standard. Also in so einem Premium-Bereich. Ich meine, damals hat es auch schon Lindenstraße gegeben, wird auf Video gedreht worden, ist das irgendwie klar. Aber jetzt so im hochwertigeren Bereich war halt einfach klar, 35mm Film, darauf drehen wir hier. Digitale Kameras, digitale Filmkameras, so was gab es damals noch nicht. Und wenn man jetzt halt so einen Film gedreht hat, auf 35mm negativ wohlgemerkt, negative. Und es war jetzt irgendwie entwickelt und so weiter. Und man hatte seine Filmrolle da in der Hand. Dann konnte man damit ja erstmal überhaupt nichts tun. Also die Filmrolle war zunächst mal für nichts zu gebrauchen. Was man dann gemacht hat, war eine sogenannte Telescene. Telescene bezeichnet das Gerät, mit dem man das tut. Aber auch das Verfahren wird so genannt, nach dem Gerät genannt. Und was eine Telescene tut ist, man nimmt halt wirklich diesen Film, diese Filmrolle, legt die in einen Projektor ein. Und der Projektor projiziert dann aber nicht eine Wand, sondern ich glaube, das ist so ein Kamerachip, auf den der projiziert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da gibt es auch unterschiedliche Verfahren. Aber ich glaube, es ist mehr oder weniger ein Kamerachip. Und auf diesen Kamerachip projiziert hat man das Bild dann ja sozusagen elektrisch vorliegen. Und dann geht das durch eine Verarbeitungskette, nennen wir es mal ganz grob, und landet dann am Ende auf einem Band. Und so, damals war der absolute Standard, 100% Marktanteil war Betacam, gab es in zwei Varianten. Betacam SP war die analoge Variante und digital Betacam war die digitale Variante. Die Kassetten sahen gleich aus, wie gesagt, gab es halt irgendwie nur in zwei Varianten. So, okay. Also man hat dann dieses Filmmaterial halt einfach auf Video überspielt. Das war der Prozess der Telecine, das zu tun. So, und irgendwann, man gewinnt ja sozusagen an Erfahrungen und so weiter und so fort. Dieser Prozess der Telecine ist extrem teuer. Das ist sozusagen in der ganzen Nachbearbeitungsschiene, wo man am meisten Geld für ausgibt, ich sage es mal, 7, 8, 900 Euro die Stunde, ist da überhaupt kein Problem. Kann auch gerne noch teurer werden. Aber das sind so Größenordnungen, die da realistisch sind. So, und dann hatten wir halt irgendwann mal so einen TV-Spot und das Ding war eine komplette Effekt-Orgie. Und da habe ich dann gesagt, also ich bin ja Special-Effect-Mann, da habe ich dann gesagt, okay, also hier wäre mir ganz lieb, wir würden jetzt hier nicht so eine normale Telecine machen wie üblich, weil der übliche Standard ist, da treffen sich halt irgendwie 10 Leute in dem Raum, wo die Telecine steht und dann spielen alle Wünsch dir was. Also wirklich genau so. Und da sind auch eher mehr Leute dabei, die keine Ahnung haben, wovon sie da reden, als Leute vom Fach. Und ja, wie gesagt, jeder hat dann irgendeine Anmerkung. Und der arme Mensch, der die Telecine bedient, Colorist nennt man den, und der Colorist hat dann die unsägliche Aufgabe, das umzusetzen. So, unsäglich deswegen, weil die Leute sich halt wirklich alles Mögliche wünschen. Ja, also da sagt jetzt keiner, ich meine, überlegt mal, in welcher Situation der da ist. Der hat also drei so Böppelkes vor sich. Einen für Rot, einen für Rot, Blau, Grün, ja, RGB. Da kann er sozusagen mehr Rot, mehr Blau, mehr Grün irgendwie ins Bild reindrehen. Und dann hat er noch so einen Kontrast- und Luminanzregler. That is it. So, und dann, ah, da tut er da mal wieder, ja, klar. Und so, und dann ist da so eine Gruppe Leute, sitzt da in dem Raum hinter ihm, und die kommen dann mit so Sachen wie, ja, das muss alles frischer aussehen. Und dann sagt der Nächste, ja, und wärmer. Und der Nächste sagt, ja, aber ein bisschen filmischer, wir brauchen hier auch so einen Filmlook. Ja, und dann sitzt der halt vor seinen drei Böppels und sagt, ja, wo ist denn jetzt Filmlook bei Rot, Grün, Blau? Weiß ich jetzt gar nicht. Hier steht nirgendwo Filmlook dran. Also, was immer das jetzt ist. Ja, also, das wird sozusagen ähnlich wie im Hi-Fi auch. Da schmeißen Leute so ganz blumige Begriffe in den Raum, die es überhaupt nicht gibt. Ja, und der arme Tropf muss dann irgendwie das Beste draus machen. So, und nicht selten sehen die Ergebnisse am Ende auch genauso aus. Als hätte da jeder irgendwas anderes erzählt, und keiner hat mal konkret gesagt, ja, dreh doch mal ein bisschen mehr Rot rein. Das ist jetzt extrem runtergekocht und vereinfacht. Aber ich glaube, ihr kriegt schon so ein Gefühl, in welche Richtung das geht. So, und dann habe ich gesagt, passt auf, hier, das ganze Ding, das wir jetzt hier machen, ist ein einziges Effekt Spektakel. Und da kann ich mit so Wünsch-dir-was-Bildern relativ wenig tun. Ich brauche da Bilder, in denen viel Information drin ist und so weiter und so fort. Und dann kann ich den Kram da irgendwie zusammenbauen. Und dann müssten wir vielleicht danach, wenn da zusammengebaut ist, danach nochmal in diese Wünsch-dir-was-Abteilung gehen. Aber ich brauche jetzt mal, was technisch irgendwie sauber ist. So, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon ein bisschen mehr Erfahrung. Also hat mein Chef gesagt, ja, pass auf, ich verstehe dein Argument, ich verstehe, wo du da hin willst. Dann fahr du mal alleine in die Telescine und lass das irgendwie machen und so, kein Problem. Aber bitte, Thorsten, ja, übertreib das nicht. Denk daran, egal, was du da jetzt machst, egal, ob das gut oder schlecht aussieht, die werden das hinterher anders haben wollen. So viel ist sicher. Anders, wenn dir das unter, mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit, wird das jemand anders haben wollen. Und bitte bedenk das, wenn du das tust, dass du das nicht in so eine extreme Richtung schubst. Jetzt halte dich da ein bisschen zurück, weil es ist halt irgendwie teuer, kostet halt irgendwie Geld. Und wenn du da jetzt irgendwie so einen Tag in der Telescine verbringst und hinterher jeder sagt, was eine Gruselkacke und wir müssen das hinterher alles neu machen, dann ist irgendwie keinem geholfen. Und was machen wir dann mit deinen Effekten? Die können wir dann ja nicht mal eben neu machen. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig mit dem, was du da tust. Mach das, ich habe Vertrauen, aber bitte halte meine Worte im Hinterkopf. Alles klar. So, jetzt war ich natürlich auch ein Stück weit nervös. Ist ja logisch. Das erste Mal sitzt man jetzt da selber in der Verantwortung und muss dann selber sozusagen seinen Kopf dafür hinhalten, dass man da irgendwie fabriziert auch in Ordnung ist. So, alles klar. Ich habe mir dann irgendwie die entsprechende Telescine ausgesucht, wo ich halt hinwollte. Das war damals in Hamburg, weil das eine so eine spezielle Telescine, wo ich das machen wollte. Habe mir auch einen Coloristen gesucht, der entsprechend viel Erfahrung hat und so weiter, der mir da auch nochmal sozusagen mich da unterstützen kann und auf dessen Meinung ich sozusagen auch bauen kann ein Stück weit. Und naja, dann bin ich da halt irgendwie nach Hamburg geeiert mit den Filmrollen unterm Arm und so. Alles klar. Jetzt hier, let's go. Lass uns mal den ganzen Kram schön auf Videotape basteln. Und ja, sehr erfahrener Colorist. Also der legt den Kram da halt irgendwie ein, spult da so ein bisschen vor und zurück. An der Stelle war ich auch noch gar nicht irgendwie gefragt. Ja, und dann dreht er da so an seinen Farbböbel bis rum und zing. Das ist halt so ein Ergebnis. Und dann sagt er, ja guck mal, so, das sieht doch schon irgendwie, das sieht doch schon in der Werbung aus. Das hat doch schon viel Schönes. Willst du, sollen wir da in so eine Richtung gehen? So, und das war super. Also, ja jetzt nicht, dass der da irgendein Käse sich da irgendwie zusammengerührt hätte, sondern, ja, ist ein erfahrener Mann, der weiß, was der tut. So, aber das hatte schon eine sehr klare Richtung. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, das sieht gut aus, was du hier gemacht hast. Das ist aber nicht der springende Punkt. Was für mich wichtig ist, ich bin extra zu dir gekommen, weil du siehst ja, da kommen überall noch irgendwie tausend Effekte drauf und so weiter und so fort. Das wird eine ziemliche VFX-Orgie. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich das jetzt so neutral kriege, wie es geht. So, und dann hat er mich irgendwie angeguckt, wie neutral, wovon redest du denn hier gerade? Du bist ja Filmmann, also neutral, was ist das denn für ein Begriff? Also, ja, verdammt, hätte es besser geschwiegen, wärst ein schlauer Mann geblieben. Also jetzt bist du ja gerade in meinem Ansehen für gerade fünf Stufen abgestürzt. Hat er nicht so explizit gesagt, aber das stand ihm schon sehr deutlich ins Gesicht geschrieben. Ja, ich brauche das irgendwie neutral. Ich muss, so, pass auf, bei aller Liebe, das, wir haben hier einen Film, negativ. Das, was ist denn jetzt, wie soll ich dir das, also, hä? Wovon sprichst du da? Pass auf, ich kann mal mein ganzes Pult, ich resette mal alles. Ich mache mal alles auf Null. Und dann gucken wir uns das Bild an, was wir dann auf dem Monitor haben. Und dann sagst du mir, ob das neutral ist. Dann hat er einmal alles resettet. So, und dann hatten wir natürlich ein Negativ auf dem Monitor. Okay, ja gut, das ist jetzt negativ, das meinte ich jetzt mit neutral natürlich nicht. Klar, dass ich jetzt nicht von einem Negativ spreche. Okay, das ist ja kein Problem, ist ja nur ein Knopfdruck. Ich invertiere dir das Bild mal so, zack, jetzt hast du das positiv auf dem Monitor. So, aber wie sieht das denn aus? Ja, das ist ja jetzt ein total matschiges, flaues Ding. Das ist eine Grau-in-Grau-Farbsuppe. Das ist das, was du jetzt hast. Das ist jetzt neutral. Das ist dein Neutral. Das willst du? Also, ganz im Ernst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das willst. So, und ich sage jetzt mal, so eine leichte technische Information am Rande. So ein Filmstreifen, der hat halt einen gewissen Dynamikumfang. Ja, Dynamikumfang beim Film heißt von ganz schwarz, von dunkelster Stelle zur hellsten Stelle. Dieser Dynamikumfang bei Film ist in der Kante, ist ein bisschen vom Filmmaterial abhängig und so weiter. Aber sagen wir mal, in der Kante, Pi mal Daumen, 14 Blenden, 15 Blenden, das ist so die Größenordnung. Manche sagen, Ticken weniger, dann 12 Blenden von mir aus geschenkt. So, und das Problem ist nur, dass halt so ein Videotape und auch der Monitor, auf dem wir das angucken, und auch unsere Augen selbst, sind lange nicht in so einem Bereich. Ja, also gehen wir mal bei so einer Videotechnik davon aus, wenn das eine Dynamik macht von sieben Blenden. Eine Blende ist immer Verdopplung, sozusagen, wie 3 dB mehr, so die Nummer. Ja, also, wie kriege ich jetzt 14 Blenden, tun wir jetzt einfach mal so, 14 Blenden, nehmen wir mal als Gesetz. Ja, du willst, dass ich 14 Blenden auf sieben Blenden einquetsche? Und das soll ich jetzt aber neutral hinkriegen. An der Stelle geht das schon, ich müsste dir da auffallen, das ist unmöglich. Wenn ich das tue, habe ich einfach einen einzigen Matsch, der da drauf ist. So, und jetzt von der Luminanz mal gesehen, die Helligkeit von dem ganzen Ding. Guck mal, ich kann halt hier an meiner Telecine regeln, wie hell ist denn die Lampe, die hinter dem Negativ sitzt. Wo ist denn da neutral? Also, da gibt es ja gar kein neutral. Ich kann die heller und dunkler machen, aber da gibt es ja keinen Nullpunkt, da gibt es ja keinen definierten Wert. So hell oder dunkel muss eine Lampe sein. Also, ich meine, nimm dir mal einen Diaprojektor zu Hause. Dann gehst du einen Meter näher an der Wand, wird das Bild heller. Gehst du einen Meter weiter weg, wird das Bild dunkler. Also, was ist denn da jetzt neutral? Du kommst hier mit einem Konzept. Das Konzept gibt es gar nicht. Das existiert einfach null. Neutral gibt es nicht. Du musst mir sagen, wo du hin willst. Du musst mir sagen, welche Sachen sind für dich wichtig. Welche Sachen willst du sehen? Und dann können wir mal gucken, wie weit können wir uns da annähern. So. Also, wenn jetzt auf den Keks geht, dass das alles grau in grau ist, dann kann ich mal ein bisschen Kontrast reindrehen. Jetzt wird das besser. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich das tue? Jetzt wird ja alles über einer bestimmten Helligkeit, wird einfach ins Extrem weggedrückt. Das wird dann einfach weiß. Und alles unter einer gewissen Helligkeit wird weggedrückt ins Schwarz. Das heißt, deine Wolken im Himmel, die sind jetzt weg. Dein Himmel ist jetzt nur noch weiß. Das ist einfach ausgebrannt. Und alles, was im Schatten ist, ist jetzt einfach schwarz. So. Sieht nicht mehr ganz so übel aus wie vorher. Weil es jetzt ein bisschen Kontrast hat. Aber jetzt hast du doch an Information, hast du jetzt gerade mal die Hälfte verloren. Nur mit dem einen Regler, an dem ich jetzt rumgedreht habe. Wo ist dein Neutralpunkt, bitteschön? Auf die Art und Weise können wir nichts werden. Du musst mir sagen, was ist wichtig. Was ist für dich, für deine Anwendung wichtig in dem Bild. Und dann versuche ich, genau das am Leben zu halten. Dann versuche ich, genau das in einen Bereich reinzuschieben, was mein Videotape, auf dem wir das aufnehmen, noch handhaben kann. Und das müssen wir jetzt sozusagen in so einer Balance machen, dass da sozusagen dann nicht nur irgendein Spezialteil sichtbar ist, sondern das müssen wir so machen, dass das ganze Bild als Bild auch noch funktioniert, ohne eine gewisse Ästhetik hat. Neutral kommt da an keiner Stelle vor. So, jetzt stehen deine Leute die ganze Zeit auf so einer grünen Wiese. Und diese grüne Wiese ballert natürlich so richtig schön grün in die Gesichter von allen Leuten. Das ist ja klar. Den Effekt kennt ja auch jeder. Stellt man sich neben eine rote Wand, kriegt man halt davon rot ab. Und ist man in einem Greenscreen, hat man irgendwie die Haare und das Gesicht grün und so weiter. Spill nennt sich das. So, und die stehen jetzt irgendwie alle auf der Wiese und die sehen jetzt alle im Gesicht so leicht aus wie der Hulk. Aber das wird ja gar keine Folge vom Hulk. Das willst du ja gar nicht. So, und ich kann dir das wegkorrigieren. Dann sag mir mal, die Reihe der Leute, die da irgendwie stehen, welcher Gesichtston, welcher Hautton ist denn jetzt neutral? Auf welchen soll ich denn jetzt korrigieren? Guck mal, da haben wir Dieter Bohlen, frisch von einer Sonnenbank. Da haben wir irgendwie Emily Blunt, die ist weiß wie eine Wand. Und dann steht da auch noch Naomi Campbell. Die ist ein bisschen krosser. So, alles klar. Was ist jetzt neutral? Sag mir, was neutral ist, korrigiere ich drauf. Kein Problem. Aber es ist deine Ansage. Neutral gibt es hier nicht. Die Nummer zieht sich durch. So, das habe ich an irgendeinem Punkt dann begriffen, was der versucht hat, mir zu erklären. Und habe dann gesagt, okay, pass auf. Lass uns mal bitte wieder zurück zu deinem ersten Ansatz, den du da hattest, den du mir gezeigt hast, weil das sah ja schon ganz gut aus. So, und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen technischer. Halte im Hinterkopf. Ich muss da selber noch drin rum vorwerken können. Ich brauche so viel Informationen, wie geht. Und ich muss hinterher selber noch mal an den Farben rumbiegen können. Das heißt, dein Grundsetup war gar nicht schlecht. Jetzt nehmen wir nur mal ein bisschen Kontrast wieder raus aus der ganzen Geschichte. Wir drehen mal die Sättigung wieder ein Tickchen zurück und so weiter und so fort. Aber im Prinzip, dein erster Ansatz, den du da eingestellt hast, der war nicht schlecht. Nur einen Ticken weniger. Also, was habe ich jetzt effektiv bestellt bei ihm? Eigentlich habe ich ein Bild bestellt, was schlechter aussieht, als das, was er mir ursprünglich angeboten hat, um dann damit im Nachhinein noch irgendwas tun zu können. Okay. Machen wir hier einen Schnitt. Jetzt denkt euch die gesamte Geschichte, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, denkt euch diese Geschichte im Audiobereich durch. Ist das da irgendwie anders? Das wäre ja die große Frage, weil im Audiobereich, das ist ja unser Lieblingssport. Davon zu sprechen, neutral und Information und Tritratolala. Darum dreht sich ja alles. In jedem Werbeprospekt steht, wir sind so neutral. Dann gehe ich in den Hi-Fi-Laden, hören wir zehn Dinger an, alle zehn Dinger klingen anders, jeder sagt, ist neutral. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was hat es denn dann noch mit neutral auf sich? Aber selbst sozusagen noch drei Stufen davor. Im Hi-Fi-Laden sind wir schon ganz am Ende der Kette angekommen. Drei Stufen oder fünf Stufen davor. Geht mal ins Tonstudio und dann setzt da irgendein Gitarero hin und sagt, den Gitarero nehme ich jetzt auf. Und jetzt rede ich überhaupt nicht darüber, dass der Raum, in dem der Gitarero sitzt, einen eigenen Sound hat. Schreiben ja auch ständig alle möglichen Leute immer wieder in die Kommentare. ja, denk an den Raum, denk an den Raum. Der Raum ist ja bei der Aufnahme genauso da. Und ich vergesse jetzt auch mal komplett, dass diverse Mikrofone unterschiedlich klingen. Ja, klar. Mikrofone haben völlig unterschiedlichen Sound. Und ich vergesse jetzt auch mal der Mikrofonverstärker. Die Dinger klingen ja auch alle anders. Und mit dem Kabel vom Mikrofon zum Mikrofonverstärker, da würde ich gar nicht drüber reden. Das ist ja im Studio-Bereich sowieso verpönt, darüber zu sprechen. Da lassen wir mal alles außer Acht. Wenn ich nur damit anfange, wo positioniere ich denn jetzt das Mikro oder die Mikros, um den Gitarero abzunehmen? stelle ich ihm ein Mikro unmittelbar vor die Gitarre, 15 Zentimeter von der Gitarre entfernt und dann gebe ihm? Oder nehme ich den mit zwei Mikrofonen auf? Und die stehen dann irgendwie, keine Ahnung, 1,50 Meter entfernt? Stelle ich das Mikrofon ein bisschen höher, ein bisschen tiefer? Ja, das alleine macht doch so höllische Unterschiede. Da kommt doch im Gesamtergebnis, am Ende der ganzen Geschichte, kommt doch was völlig Unterschiedliches bei raus. Also mit dieser Idee, ich mache das irgendwie neutral oder ich will so viel Information hören, wie es irgendwie geht. Also dieser ganze Schwachsinn, den ich selber auf Lager hatte, als ich da in der Telecine gesessen habe und dem armen Koloristen da auf den Keks gegangen bin. Genau diesen ganzen Schwachsinn erzählen wir uns ja im Hi-Fi mit wachsender Begeisterung. Ja, ich höre lieber dies und das und jenes, weil es ist neutraler. Ja, an welcher Stelle war denn welches Signal überhaupt jemals irgendwie neutral? Das hat es ja schon nie gegeben. Das ist eine komplette Illusion. So, und jetzt ziehe ich irgendwie den ganzen Rattenschwanz da durch und sage irgendwie, ja okay, ich nehme eine Gitarre auf, ich nehme ein Schlagzeug auf, ich nehme einen Sänger auf und so weiter. Ja, wo stelle ich meine Mikrofone hin, wie pegle ich den ganzen Kram und so weiter. und dann habe ich das aufgenommen und dann stelle ich da fest, keine Ahnung, die Becken vom Schlagzeuger, die klingen aber irgendwie, das ist so ein bisschen matt. Die ganze Nummer ist ein bisschen matt. Das könnte, und wenn er da drauf hämmert, das könnte obenrum ruhig nur so ein bisschen mehr Pfeffer haben. Und dann, ja, natürlich, genau wie der Typ, der an den Farben rumdreht, sagt dann der Toningenieur in dem Fall, komm, ich, ne, ich gebe den obenrum nochmal so den, den Kick mehr. Ich lasse die mal bei, keine Ahnung, ne, 5 Kilohertz oder 7 Kilohertz oder so, mache ich da nochmal so einen Pitch oben drauf. Und die Stimme, ja, wie klingt denn die Stimme? Ja, ist ein Mädel, die ist halt irgendwie nur 1,50 Meter groß, aber es ist schon ein bisschen dünn, die Stimme. Könnte ein bisschen mehr, ein bisschen mehr kapperhaftig, könnte die Stimme aber haben. So, und jetzt drehe ich auch da wieder ein bisschen dran rum und dann gebe ich ihr ein bisschen mehr Grundton und ein bisschen mehr dies und das und jenes. Egal, ich bin jetzt, ich bin kein Tonmann, ich labere jetzt voll in die Tonne. Ich weiß nicht im Detail, was die da rein- und rausdrehen, ja, aber ich weiß, dass die an jeder einzelnen Tonspur, die die haben, mal mehr, mal weniger rumschrauben. und je neuer die Aufnahme ist, desto tendenziell mehr schrauben die daran rum. Ja, plus dann noch diverse Effektgeräte, jetzt komprimier den ganzen Kram nochmal und jetzt leg nochmal, was weiß ich, Röhrensound oben drauf und jetzt mach nochmal ein Hall da oben drauf, da weiß der Geier, mach nochmal irgendwie Royal Albert Hall als Filter da drüber, was immer die für Möglichkeiten haben. Wie gesagt, ich bin kein Tonmann. So, das heißt, wenn die da mit ihrer Abmischerei irgendwie mal durch sind, wir haben am Anfang der Kette, beim simpelsten Ding des Mikrofons, schon festgestellt, das kann in jede Richtung klingen. Und nachdem diese ganze Produktionskette durchlaufen hat, dann ist das alles, da ist das alles, 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 aber original ist das auf gar keinen Fall mehr. Einfach null, einfach kein bisschen. So, und jetzt machen wir sozusagen den Step in die Hi-Fi-Welt und sagen dann, alles klar, jetzt müssen wir aber das alles irgendwie digital haben, weil das hat ja so ein paar Messwerte, die sind aber ganz toll. Ja, so ein paar Messwerte von digital, die sind viel besser als bei analog. Also zum Beispiel die Dynamik ist ja völlig klar, die Dynamik, die halt so ein digitales Medium kann, das ist mal eben das Doppelte von dem, was ein Plattenspieler kann. und dann ein Plattenspieler auch schon im aller, aller, allerbesten Fall. Also, wenn ein Plattenspieler im allerbesten Fall kann, wenn die gesamte Analogkette dahinter auch so richtig perfekt ausgedengelt ist, ja, das macht ein 200-Euro-CD-Player mal eben aus dem Stand. Zumindest vermeintlich. Ja, rechnerisch, ja, ob der das dann praktisch macht, ist dann ja nochmal eine andere Frage. Aber rein rechnerisch tut er das. Ich kann ja ausrechnen, wie viel Bit Tiefe hat das Ding und dann, ja, alles klar. Kann, keine Ahnung, 120 dB oder whatever. So, und dann sagt man erstmal formal, ja, gut, dann brauchen wir an der Stelle über gar nichts mehr sprechen. Ja, aber da habe ich über alles davor überhaupt nicht nachgedacht, was da irgendwie so passiert ist. Ist das jetzt der Maßstab? Ja, stellt euch vor, ihr lebt in Amerika. Ist das jetzt, ist das ernsthaft? Ist das ein ernsthafter Unterschied? Wenn ihr in Amerika lebt und ihr wollt von Los Angeles nach San Francisco fahren und ihr habt da zur Auswahl einen Bugatti und einen alten Golf Diesel. Seid ihr mit dem Bugatti ernsthaft schneller am Ziel? Seid ihr ja nicht. Seid ihr ja einfach nicht. Also, wenn ihr euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, dann macht das keinen Unterschied. Natürlich, auf dem Papier sieht das alles ganz, ganz toll aus, aber effektiv ist das egal. So, und so Fälle haben wir ja im Hi-Fi en masse und wie gesagt, die Dynamik, wie gesagt, 120 dB Dynamik oder was eine CD jetzt halt genau hat, das kann ich nicht wegdiskutieren, das kann ich auch nicht schönreden und sagen, ja, aber eine Platte und die könnte ja auch und wenn ich den Plattenspieler von 10 Meter Höhe abstürzen lasse auf dem Parkettboden, dann kann er auch mal einen Dynamik-Peak, der ist genauso hoch. Das kann ich natürlich sagen, aber natürlich ist das Banane. Formal ist der CD-Player da einfach besser. Ja, ist er. Aber habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt die theoretischen 120 dB mal irgendwann aufgenommen? Habe ich gar nicht. Habe ich nie. Habe ich nie und an keiner Stelle habe ich das aufgenommen und hätte ich das jetzt versehentlich, könnte ja sein, dass man jetzt im Tonstudio sagt, pass auf, ich muss jetzt noch irgendwie mein Auto waschen und nochmal einkaufen gehen und so und pass auf, Praktikant, mach du das. Und er hätte jetzt total verkackt und hätte jetzt wirklich mal unabsichtlich durch Zufall 120 dB Dynamik aufgenommen. Dann wird ja jeder sofort schreien, bist du bekloppt. Das komprimieren wir jetzt mal so weit weg, bis wir das in irgendeinem Maß haben, was vorhand haben können. Also jetzt wird der Praktikant nicht hinkriegen, aber jetzt selbst in so einer theoretischen Größenordnung, das ist nur Gaga. Das ist einfach nur Gaga. Und in so einem Bereich bewegen wir uns dann aber, um darüber zu reden, ist das jetzt formal besser oder schlechter. Macht für mich keinen Sinn. Also die gesamte technische Diskussion ist digital besser als analog. Wenn ich das versuche, von der technischen Seite aus aufzudröseln, komme ich immer in einem Gaga-Land raus. Weil, ja klar, digital kann ein paar Sachen ganz eindeutig besser als analog. Da braucht man nicht eine Sekunde drüber diskutieren. Das kann aber ein paar Sachen deutlich schlechter. So, und wie immer geht es jetzt darum, ja, aber wie ist denn der theoretische Vorteil? Kann ich den überhaupt nutzen? Und wie ist das gesamte Gerät denn überhaupt umgesetzt? Wäre denn das Gerät formal überhaupt in der Lage, das zu nutzen, was da theoretisch von der Quelle angeblich besser kommen könnte? So. Und wenn ich das Fass aufmache, dann sehe ich, dann kann ich dann sagen, beide Systeme, ob digital oder analog, sind beide total super, weil es ja erstaunlich, dass überhaupt ein Ton rauskommt. Oder ich kann sagen, beide sind total unterirdisch. Es ist egal, weil ich sage, das ist immer richtig. Ja, ich habe sozusagen unterschiedliche Fehler, die ich gegeneinander abwägen muss, was nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das ist immer Äpfel mit Bieren vergleichen. Das ist immer. Weil es halt nicht die gleichen Fehler sind, weil sie unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. So, und jetzt kommt aber dazu, ja, ich habe aber doch einen subjektiven Höreindruck. Also, was nutzt mir denn der ganze technische Scheiß, wenn doch am Ende des Tages mein Gehör sagen muss, so muss das sein. Ja, also genau wie der Toningenieur halt schon am Mischpult gesessen hat, der hat ja nicht die Becken vom Schlagzeug gemessen und dann gesagt, oh, oh, warte mal, guck mal hier. Also messtechnisch scheint mir dieses Crashbecken bei dem Schlagzeug irgendwie bei sieben Kilohertz so einen leichten Einbruch zu haben. Oh, das müssen wir mal wieder neutral korrigieren. Das hat er sich ja nicht gedacht. Das hat er sich ja zu keinem Zeitpunkt gedacht. Sondern der hat sich das so angehört und hat gesagt, wenn der da richtig draufschmettert, ist mir das irgendwie zu soft. Das muss mich mehr anballern. Und dann hat er den Regler gedreht und fertig. Und das war eine 100% subjektive Geschmackskiste, die der da hatte. Natürlich kombiniert mit einer gewissen Menge Erfahrung und so weiter und so fort. Na klar, wenn hat einer irgendwie seit 10 Jahren oder 20 Jahren so ein Kram abmischt, dann weiß der auch relativ schnell, wie das klingen muss und hat das in 3, 2, 1 auch hingedreht. Ja, aber am Ende des Tages war das eine subjektive Entscheidung, die da jemand aktiv getroffen hat. Um technisch besser oder schlechter ging es da gar nicht. Und diese subjektiven Entscheidungen hat jemand bei jedem einzelnen Step auf jeder einzelnen Tonspur der Gesamtaufnahme verwirklicht. Bis hin zum Mastering, bis ganz zum Schluss, bis zum letzten Step, ist das eine einzige Kette von subjektiv, wie finde ich denn jetzt, wie das klingen muss. Wie gesagt, jetzt machen wir den Step rüber ins Hi-Fi und jetzt sagen alle, nee, also Subjektivität darf hier keine Rolle spielen. Hier geht es jetzt nur noch darum, was steht auf Papier, technisch, wie viel dB Dynamik kann das und was für ein Signal-to-Noise-Ratio hat das und wie näher ist denn der Frequenzgang und so weiter und so fort. Nur noch das spielt eine Rolle, subjektiv ist egal. So, und an der Stelle sage ich halt, ja, Banane. Banane. Geh an deine Anlage so ran, kannst du tun, aber da ist ein ziemlicher Garant dafür, dass du relativ viel Geld ausgeben wirst und bei Kernschrott landest. Wenn du deine, wenn du deinen subjektiven Part keinen Anteil haben lässt, an dem, was du da hörst, wirst du nicht bei einer guten Anlage landen. Wenn du das nach technischen Gesichtspunkten zusammenstellst, wirst du verlieren. Das wird nicht funktionieren. Tod sicher wird das nicht funktionieren. Und Beispiele davon gibt es genug. Man muss ja nur auf eine Messe gehen und sich das anhören. Ich bin mir sicher, wenn ihr über eine Messe geht, ja, ihr macht mal so eine schlechtesten Liste. Keine besten Liste, sondern eine schlechtesten Liste. Geht über die High End und schreibt euch auf, in welchem Raum war es am schlechtesten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr da eure zehn Räume zusammen habt und haltet da ein Mikro rein. Ich glaube, messtechnisch sind die nicht weiter auffällig. Wenn nicht sogar die linearsten Räume sind, die messtechnisch vielleicht sogar am besten sind. Aber das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Grundsätzlich, wenn sich was gut misst, muss das nicht deswegen zwingend schlecht klingen. Das wäre dann auch irgendwie, das wäre dann sozusagen, wenn der Pegel in die andere Richtung schwingt, das stimmt auch nicht. Eine Sache kann gut klingen und sich gut messen, aber eine Sache kann auch fürchterlich sich messen und gut klingen und kann auch eine Sache sich toll messen und fürchterlich klingen. Da besteht kein unmittelbarer Zusammenhang. So, wieder trotzdem wird immer speziell von der Digitalfraktion wird halt drauf rumgeritten, wie ultra toll digital halt sich messtechnisch verhält. Lustigerweise, außer Analog, Fraktion benutzt ja kaum einer so ein Argument. auch mal hier und da, aber eigentlich eher nicht. Außer Analog, Fraktion könnte man ja einfach sagen, ja pass mal auf Kollege, aber hier so eine Platte, die löst jenseits von 30 Kilo Hertz, löst die immer noch auf. So, was sagst du denn dazu? Da bist du mit deinem Digitalgeschubse schon längst auf verlorenen Posten. Was ist damit? Ja, aber das ist ja nicht das Argument, was die meisten Leute, die Analog Zeugs gut finden, sagen, ja, das für mich, das wiederholt sich ja, das ist ja sozusagen eine Aussage, die, würde ich sagen, eine relativ hohe Allgemeingültigkeit hat. Die meisten Analogleute sagen, das fühlt sich für mich richtiger, das fühlt sich für mich natürlicher an. Ich habe einfach mehr das Gefühl, das Instrument, was ich da höre, ist das Instrument, was ich da höre. Weil es das klanglich, das Hauptargument von Digitalleuten, da ist, zumindest was ich so höre, was an mich herangetragen wird, ist, wenn ich einen Knacken auf der Platte höre, dann kriege ich schon die Kretze. Ja, okay. Kein Analog-Fan findet das jetzt toll, wenn eine Platte knackt. Aber eigentlich hört man das Knacken bei Analog ja eher in den Leerrillen. Und es gibt ja jetzt relativ wenig Scheiben, die durchgehend aus einer Leerrille bestehen. Also ich glaube, die meisten Analog-Hörer kaufen sich eine Platte nie wegen der Leerrille. Und bei mir ist das so, wenn ich jetzt einen Miles Davis irgendwie kaufe, dann ist da Miles Davis drauf. Das ist gar keine durchgehende Leerrille, sondern kommt immer wieder Miles Davis zwischendurch und spielt mir da ein Stück vor. Und da rauscht und knackt das eigentlich gar nicht. Ja, also schon mal, das ist dann ein Fehler auf der Platte. Das kann vorkommen, das weiß auch jeder. Aber standardmäßig, wenn ich eine Platte in einem vernünftigen Zustand habe, knackt das nicht. So, und das ist aber dann doch bei Digitalleuten, ich will nicht sagen, das Hauptargument schlechthin, aber es ist zumindest ein Argument, ich denke, jeder von euch kennt das, was extrem häufig vorgebracht wird. Ja, wenn ich jetzt schon Rauschen höre, da kriege ich schon die Beulenpest. Das ist genau das Gleiche. In einer Leerrille rauscht das. Ja klar, aber ich höre mir ja nicht die Leerrille an. So, aber dann gucke ich mir CDs an. Gerade am Anfang, als CDs halt so aufkamen, erinnert euch, was stand da drauf? Da stand drauf AAD, analog, analog, digital. Da war nur der letzte Schritt war digital, der ganze Mastering-Prozess und so weiter, davor war alles analog. So, da war das Rauschen fest eingebacken in die CD. Ja, die haben meines Erachtens teilweise noch mehr gerauscht, als die Platten. Das war essentieller Bestandteil. Ja, was ist denn damit? Das ist eigentlich auch wenig los. Na gut, okay, das ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit Geschichte, das gebe ich auch zu. Klar, bei modernen Aufnahmen, da ist irgendwie digital von vorne bis hinten, da ist der Rauschlevel schon gen null. Klar, keine Frage. Ja, aber ich finde, da wird sich erstmal so über formale Sachen aufgeregt. Was ich sehr selten höre, ist, dass mir jemand sagt, pass auf, wenn ich eine digitale Scheibe höre, ich höre halt irgendwie viel Filmmusik und da ist halt, da ballert es im Bass halt irgendwie immer vor sich hin, das ist die wahre Pracht, das ist ja natürlich auch, was Filmmusik so auszeichnet und da finde ich einfach so digital, das pfeffert untenrum einfach nochmal ganz anders. Also das, so. Und das wäre ein Argument, das würde ich sofort gelten lassen, weil das ist ja richtig, das tut es ja auch. Genau, genau, das kann ja digital auch wirklich besser. Aber das Argument höre ich eigentlich nie. Also mag sein, dass das mal irgendjemand gebracht hat, aber ist jetzt nicht so, dass das an mich jetzt mal so konkret herangetragen wurde, ich finde einfach die Basswiedergabe von digitalen Medien hundertmal besser. Also sorry. Und auch irgendwie mit einer Bass in Mono, irgendwie, das macht mir alles nicht glücklich, so digital, da ist auch der Bass-Serie und so. Das kann ja einfach besser. Das würde ich sofort akzeptieren. Da bräuchten wir nicht eine Sekunde diskutieren drüber. Aber mir werden halt sehr wenig klangliche Argumente gebracht. Die Argumente bei digital, die pro-digital sind, sind immer, da ist technisch besser und es knackt nicht und es rauscht nicht. Ja, und alle drei Sachen nutzen mir beim Musikhören nichts. Aber wenn jemand sagt, pass auf, ich höre eine akustische Gitarre oder eine Geige oder ein Cello oder ein Kontrabass oder ein Schlagzeug oder was auch immer und das höre ich analog und ich habe einfach das Gefühl, das ist plastischer, ich habe das Gefühl, ich höre das Holz mehr schwingen bei einer Geige. Ich habe einfach das Gefühl, ja, das ist Holz, was da schwingt. Das ist nicht irgendwas, das kommt nicht aus einem Synthesizer raus. Das ist nicht irgendwie eine synthetisierte Geige, sondern ich habe das Gefühl, ich höre eine Geige. oder ich höre ein Cello oder ich höre ein... Das sind ja Sachen, die haben unmittelbar mit der Musik zu tun. Die gehen unmittelbar Hand in Hand mit der Musik. So, wenn ich... Ich gehe wieder zurück zum Film. Was ja ganz viele Leute sagen ist, das sieht aber szenerstisch aus. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Begriff von das ist cineastisch. Das ist ja ein total schwammiger Lala-Begriff. Das ist ja ähnlich wie bei Hi-Fi, das ist musikalischer. Was damit gemeint ist, ich sage es mal cineastisch, das Gegenstück dazu, vielleicht erklärt man das besser mit dem Gegenstück. Das Gegenstück von cineastisch ist sowas wie Telenovela. Ja, sprich irgendwie Lindenstraße schön auf Video gedreht und dann rennt Mutter Beimer da durchs Bild und so weiter. Und jeder weiß, wie das aussieht. Das ist ganz gruselig. Da kann ich noch so gute Schauspieler hinstellen. Ich glaube denen nichts. Weil das, was ich da sehe, sieht immer aus, wie ein Schauspieler steht vor der Kamera. Was das ja auch ist. Was das ja auch 100% ist. Das sieht genau so aus wie das. Also wenn wir von neutral sprechen oder von unverfälschter Wiedergabe, dann ist so eine Videokamera, ja, die macht genau das. Das ist nur leider unerträglich. Ich weiß nicht, wie geil ihr jetzt irgendwie Lindenstraße oder Traumschiff oder was, ich glaube Traumschiff war sogar 16 mm, oder? Keine Ahnung. Aber jetzt Lindenstraße, reiten wir mal darauf ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie geil ihr Mutter Beimer so fand, aber ich fand das immer, ich konnte, das ging gar nicht. Das ging einfach überhaupt nicht, das kann ich nicht ertragen. Und wenn bei mir einer von cineastisch spricht, dann denke ich an sowas wie der Pate oder da denke ich an was wie Apokalypse Now oder da denke ich an ja, weiß der Geier, von mir aus auch Julie Garland irgendwie, der Zauberer von Oster, das ist für mich auch cineastisch. So, und wenn ich jetzt versuche dem aber auf die Schliche zu kommen, was ist denn der Unterschied zwischen so einer Apokalypse Now, was total cineastisch war, und jetzt gehen wir nicht mal das Extrem und sagen Lindenstraße, das wäre jetzt schon richtig ein Horrorvergleich, ja, aber gehen wir ruhig mal in so eine Richtung wie jetzt so ein aktuelles Marvel Ding und jetzt vergleiche ich die und dann würde ich ja sagen, ja, ein Marvel Ding ist auch noch cineastisch, aber das ist lange nicht mehr auf dem Niveau, wo halt ein Pate war, wo eine Apokalypse, Apokalypse Now habe ich das Gefühl, ich bin da mit den Jungs im Dschungel, ich fahre da mit denen auf dem Boot den Fluss hoch, ich bin da einfach ein weiterer Beobachter auf dem Boot und dann gucke ich mir so ein Marvel Ding an und da bin ich der Beobachter im Kino, da gucke ich auf eine Leinwand, ich bin nicht in der Szene drin, definitiv bin ich nicht in der Szene, also und woran macht sich das jetzt fest? Ja und das wäre ja tatsächlich auch, also wir reden ja jetzt hier tatsächlich auch über einen Vergleich zwischen digital und analog, denn Apokalypse Now ist halt genau auf 35mm Film analog gedreht worden und so ein Marvel Ding ist halt tatsächlich auch komplett digital gedreht worden, mit digitalen Kameras und alles, da ist kein Fitzel analog mehr irgendwie unterwegs, alles digital. So und jetzt vergleiche ich das und dann sehe ich, ja das Apokalypse Now ist von einem technischen Standard her exorbitant schlechter, also nicht nur ein bisschen, sondern richtig signifikant, das ist signifikant schlechter von der gesamten Aufnahmetechnik her als so ein moderner Marvel, aber ich müsste jetzt nicht mal auf Marvel rumreiten, ich könnte jetzt irgendeinen modernen Film, ich könnte jetzt auch, sagen wir mal, was weiß ich, The Help nehmen oder Green Book oder so weiter, das ist jetzt weitestgehend komplett ohne digitale Effekte und man erzählt halt nur so eine Geschichte von, das ist eigentlich zwei Stunden lang Talking Heads, mehr passiert ja nicht. Also erst wenn ich solche Filme vergleiche, Marvel ist vielleicht doch das Extrem, weil er auch mit digitale Effekten zugeschissen ist und so, aber vergleichen wir mal ruhig sowas. In Apokalypse passiert ja eigentlich auch nichts, das ist ja auch nur Talking Heads auf einem Boot und Green Book ist Talking Heads in einem Auto. Wäre ja durchaus vergleichbar. Und Green Book sieht nicht so cineastisch aus wie Apokalypse, noch tut er nicht. So, und trotzdem ist halt die ganze digitale Aufnahmetechnik, die ist objektiv besser. Ganz klar, das Bild ist schärfer, das ist detailreicher, das hat mehr Dynamikumfang, das hat, das alles ist daran besser. Und jetzt kann man ja sofort sagen, ja dann ist das auch besser. Weil ich finde bei, bei, in der Musik digital analog ist das genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Das ist, gerade wenn ich jetzt von hochauflösenden Digitalkram ausgehe, 192 Kilohertz und so weiter, da gibt es ja dann tatsächlich gar kein Argument mehr zu sagen, ja aber analog ist besser. Das gibt es nicht, das ist vom Tisch. Das kann technisch alles besser. Muss man ja zugeben. Wenn ich vorher gesagt habe, ja in einem Hochtonauflösung und so, das ist alles irgendwie kacke bei digital. Ja ja, 44.1. Aber wenn ich dann in die Hi-Res-Abteilung gehe, ist das ja auch vom Tisch. So. Und trotzdem sagen Analog-Fans, ja, ich finde, aber das ist natürlicher. Okay. Okay. Das kann man jetzt irgendwie sagen, ja, das glaube ich nur, wenn da ein Blind-Test und Doppel-Blind und Fünffach-Blind mit 700 Leuten und in der Fußgängerzone in Köln und alles andere glaube ich, so wie so. Kann man sagen, ja ja, das ist schön, aber eigentlich, wenn man mit Analog-Fans so spricht, die erzählen einem alle ziemlich das Gleiche. also entweder die sind alle auf irgendwelchen Drogen, was möglich ist, oder aber da ist vielleicht dann doch irgendwas dran, was die so erzählen. Ist technisch perfekter, steigert das Erlebnis. Ist technisch, führt, eigentlich möchte ich doch, egal ob ich jetzt irgendwie Apokalypse now sehe oder Green Book, ich möchte auf dem Boot sein, beziehungsweise ich möchte mit in dem Auto sitzen. Und ich stelle halt fest, aber ich sitze nicht mit dem Auto. Green Book, technisch ist das astrein, das ist super, aber dieses cineastische Feeling, weil ich bei Apokalypse now habe, habe ich da nicht. Obwohl das technisch perfekt ist. obwohl das technisch tatsächlich besser ist. Also muss doch zwingend da irgendwas in einem subjektiven Bereich auf der Strecke geblieben sein. Kann ja gar nicht anders. Und wir reden subjektiv. Ganz klar, subjektiv. Subjektiv hatten wir in der gesamten Erstellung der Musik schon. Subjektiv hat den höchsten Stellenwert. Die subjektiven Entscheidungen, die getroffen worden sind bei der Aufnahme, sorgen für den Sound, den wir als CD oder Platte überhaupt in unsere Anlage reinschieben. Also muss das doch auch in der weiteren Wiedergabekette eine starke Bedeutung haben. Und wenn ich jetzt subjektiv sage, ich fühle mich nicht mitgenommen, kann ich doch nicht sagen, ja das ist aber Schwachsinn, das fegen wir jetzt mal alles beiseite. So und jetzt sind wir bei der digitalen Welt da angekommen, wo ich halt sage, digital ist auf der einen Seite etwas anderes. Weil wenn ich Green Book oder Apokalypse now gucke, finde ich Green Book ja auch gut. Das ist ja auch ein total guter Film, der hat mir auch total Spaß gemacht und den werde ich mit Sicherheit auch noch ein zweites, drittes und viertes Mal gucken. Ob ich den so oft gucken werde wie Apokalypse now, den habe ich schon 50 Mal gesehen, das weiß ich nicht, aber das werde ich mir auch mehrmals angucken. Das ist ein schönes Ding. Ja, also ich käme jetzt gar nicht auf die Idee zu sagen, ich gucke Green Book und sage dann, nee, das mache ich aber aus, weil das sieht nicht aus wie Apokalypse now. Bei Lindenstraße würde ich das tun. Bei Lindenstraße sage ich, nee, sorry, das ist mir wirklich zu schlecht, das kann ich nicht ertragen, da schalte ich ab. Aber bei Green Book oder bei The Help oder wie gesagt, neuere Filme halt, da sage ich das nicht, das gucke ich mir an, das ist doch ein schöner Film und die Frage ist Apokalypse now besser oder ist der Pate besser, ist eine Frage, die stelle ich mir nicht. Die hatten ihre Zeit, die Filme hat es gegeben und die finde ich bis heute toll. Und heute sind wir angekommen in 2020 und da macht man das irgendwie anders und da sieht das auch alles irgendwie anders aus und auch das finde ich gut. Ich denke nicht darüber nach, ob irgendwann ein Film aus den 70er oder 80er Jahren besser war oder wie toll ich von mir es Rocky fand oder irgendwas. Das ist eine Frage, die stelle ich mir nicht, wenn ich einen modernen Silver Linings oder oder. Wir haben ja nach wie vor wirklich tolle Filme, die rauskommen, aber die sehen anders aus. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm. Und genau das habe ich bei digital halt auch. ich gehe nicht mit der Erwartungshaltung daran, dass digital so klingen muss wie analog. Nein, warum? Das ist was anderes. Ich würde mir halt eine Scheibe, die ich aus den 70ern kriegen kann, die da aufgenommen ist, die da gepresst worden ist und die kriege ich jetzt als Schallplatte analog. Da würde ich jetzt eher nicht auf die Idee kommen, zu sagen, die kaufe ich mir jetzt als CD. Es sei denn, ich kaufe mir die CD, um sie mal mitnehmen zu können auf irgendeine Messe oder sonst was. Okay, das ist ein anderes Ding. Aber jetzt zum Musikhören käme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich will aber Miles Davis Kind of Blue auf CD haben. Obwohl ich die habe, aber davon ist abgesehen. Wenn ich Miles Davis Kind of Blue hören will, dann bin ich spiele mit Miles Davis. Okay. Das geschieht aber nur aus dem Faulheitsgedanken raus, das ist Convenience. Aber wenn ich das ernsthaft hören will, lege ich die Schaltplatte auf. Na klar. Na klar. Brauchen nicht eine Sekunde drüber nachdenken. So, aber wenn ich einen Ed Sheeran hören will, den gibt es halt digital. Das ist ein Gen-Z Digital-Zeitalter. Ja, klar. Deswegen finde ich den aber trotzdem gut. Brauchen wir da gar nicht drüber reden. Der ist da dufte. Sitze ich jetzt davor und weine, dass es den nicht analog gibt? Nö. Kein bisschen. Das ist ein Typ der jetzigen Zeit, der arbeitet mit den Medien der jetzigen Zeit. Die sind digital, die haben ihren eigenen Sound und das ist ein Teil der Musik. Das gehört dazu. Und in 20 Jahren, wenn die Ideen von Elon Musk so weiter gehen, da haben wir ja alle irgendwie so ein Chip auf der Gehirnrinde und da werden wir wahrscheinlich zurückjammern, wie schön digital war. Weil das dann die nächste Evolutionsstufe ist, die dann wieder anders klingt. so ich kann digital volles Brett akzeptieren für das, was es ist. Es ist nicht auf dem Niveau wie eine Lindenstraße. Da ist das deutlich besser. Das funktioniert schon wirklich vernünftig, um damit wirklich vernünftig Musik zu hören. Aber es hat nicht den Sound der Analog-Ära. Den Sound hat es einfach nicht. Es geht mir nicht um technisch besser oder technisch schlechter. Juckt mich nicht. Juckt mich null, ob technisch besser oder schlechter. Es geht um Sound. Ist eine Trompete besser als eine Gitarre? Wenn ich zwischen analog und digital, wenn ich das mit besser und schlechter, dann muss ich wirklich ganz ernsthaft die Diskussion führen, ist eine Trompete besser als eine Gitarre? Weil genau so ist das. Genau so ist es. Ja, aber du kannst doch mit einer Trompete die gleichen Töne spielen. Ja, und eine Trompete kann die doch auch lauter spielen. Ja, dann ist doch jetzt eine Trompete eindeutig besser als eine Gitarre. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar nichts. Da wird jeder sofort sagen, was? Fühl dir mal den Puls, wovon sprichst du denn jetzt gerade. Ja, aber die Trompete kann da lauter als die Gitarre, dann ist die doch besser. Was? Du spinnst doch. Bei analog gegen digital ist das eine ganz normale Unterhaltung. Es hat eine völlig normale Unterhaltung. Ganz normale Leute. So, das Ding ist, aber diese Einschätzung, die ich da habe, von wegen, das ist am Ende des Tages ist das nur ein Soundeffekt, der darüber liegt. Das ist nur eine klangliche Eigenschaft. Die bringt mich dann aber halt, also diese innere Einstellung, die ich da habe, die bringt mich aber dann dazu, eine andere Art von Digitalgeräten gut zu finden, als denn Digitalgeräte, die jetzt den Anspruch verfolgen, wir wollen digital so sauber wiedergeben, wie es denn irgend geht. Und die gibt es ja. Es gibt ja durchaus einige Hersteller, die sagen, wir wollen hier kein Soundmodul bauen. Ja, also auch die Leute, die sich bewusst sind, egal, was wir da bauen, ein Soundmodul wird das immer bleiben. Aber trotzdem kann man ja auch ja auch da noch sagen, aber wir wollen versuchen, so gut es geht, die Informationen, die da in dem digitalen Medium vorhanden sind, rauszulesen und wir wollen versuchen, das so hochwertig, wie es geht, in den Verstärker reinzuschieben. Die Leute gibt es ja. Und es gibt die Fraktion, die halt sagt, nee, ich will das nicht so genau und so präzise auslesen, wie es irgendwie geht. Nein, ich will da irgendeinen Soundfilter drauflegen, dass das hinterher gut klingt. So, und jetzt kann man sich natürlich leicht ausrechnen, wenn man das macht, was ist der aufwendigere Weg? Natürlich ist der erheblich aufwendigere Weg, zu sagen, wir machen das so gut, wir versuchen hier jedes einzelne technische Problem, was digital daherkommt, aus dem Weg zu räumen und wir versuchen das so hochwertig zu machen, wie es irgendwie geht, ich sage es mal im Extremfall versus ich ballere einfach mal ganz doof ein paar Röhren in den Ausgang rein und sage, die lasse ich jetzt schön vor sich hin clearn, fällig, das ist ein CD-Player mit schönen Röhren Sound, wunderbar, das ist ja ein einfacher Task, das kann ja jeder machen, entsprechend gibt es halt auch Digitalgeräte, die das so gemacht haben, wo irgendwelche Röhren-CD-Player, die waren ja gar nicht mal teuer, die gab es ja für relativ kleines Geld und die haben auch gut gespielt, die waren nicht ätzend, überhaupt nicht, so, und ich kann, wie gesagt, ich kann hingehen und einen Riesenaufwand betreiben, völlig anderer Ansatz und deswegen kommt so ein Peter zu einer ganz anderen Einschätzung, wie teuer muss ein Digitalgerät sein, als ich das komme, ich sage einfach Soundmodul, das billigste Soundmodul wird mir gerade eben gefällt, wo ich sage, das hat ja aber für mich als Digitalgerät macht alles, was ich haben will und Peter sagt halt, nein, wir reden hier nicht von Sound und ich will ein Gerät haben, was genauso hochwertig ist, wo die einfach viele Dinge einfach auch ausgereizt haben, wo du sagst, versendet sich, sage ich, nein, versendet sich nicht, sondern bau das ordentlich, andere Ansatz und da kommen natürlich völlig unterschiedliche Geräte bei raus in völlig unterschiedlichen Preisklassen und deswegen finde ich Peters Ansatz, den er da hat, zu sagen, rechne mal grob Pi mal Daumen 1 zu 4, da liegste nicht so verkehrt, da kann man jetzt reden, ob das jetzt 1 zu 4 ist oder 1 zu 7 oder 1 zu 3, also ich denke, da wird auch Peter mit sich reden lassen, das ist ja jetzt nicht irgendwie die Kirche, wo Peter sagt, jeder wird erschossen, der das nicht glaubt, sondern das ist ja nur, das ist ein gefühltes Pi mal Daumen von mir, das ist so ein Erfahrungswert, wo ich sage, in die Richtung musst du denken, dann wirst du ungefähr da landen, wo du landen willst, so, ich finde, der Ansatz ist okay, den Ansatz verstehe ich volles Knie und ich komme halt einfach aus einer anderen Ecke und sage, ist sowieso Soundmodul, ist mir egal. So, und auch ein Soundmodul, also auch in meiner Bauweise und in meiner Denkweise ist natürlich auch bei dem 2000 Euro Gerät noch lange nicht los, ja, also auch ein Soundmodul kann man selbstverständlich in verschiedenen Qualitätsstufen bauen und je weiter ich das nach oben drücke, desto näher, nähert sich das, also desto näher würden so St. Peter und ich dann auch im Endergebnis zusammenkommen. Ja, und ich sage jetzt mal ein 40.000 Euro Soundmodul und ein 40.000 Euro wir machen das so gut wie es geht Apparat, die klingen dann nicht mehr so dramatisch unterschiedlich. So viel ist mal sicher, die Linien laufen aufeinander zu. So, das Problem, was ich halt mit digital habe, ist, dass es sehr schnell sehr, 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 sehr teuer wird. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man diesen Ansatz verfolgt, ich versuche hier alles so gut zu bauen, wie es irgendwie geht, dann wird das, das eskaliert extrem schnell. so, weil halt einfach digital dann in der Umsetzung vom Gerät her ganz, ganz viele, ganz knifflige Aufgaben mit sich bringt. Also das Medium, das ist halt genau, wo ich so sage, ja, ihr könnt euch gerne darüber unterhalten, dass auf dem Medium theoretisch, was weiß ich, 120 dB Dynamik irgendwie möglich ist. Ja, das kann nur kein Apparat abspielen, das ist das Problem. Dann bau mal den passenden Apparat dazu, der das auch abspielen kann. Da ist nämlich ein ganz anderer Schnack. Und glaub jetzt nicht, das jetzt irgendwie so eine 200 Euro Aldi-Kiste, wo die ganze Ausgangsstufe besteht aus einem 50 Cent IC, das kann, das kann ja nämlich nicht. Also mal ganz klar nicht. Wenn du das willst, wenn du an technischen Daten auf der CD draufsteht, wenn du das tatsächlich in Geräten umsetzen möchtest, dann gute Nacht Marie. Das ist nicht, das ist nicht trivial. Und dagegen ist halt eine Analogtechnik, und das ist genau das Ding, dagegen ist eine Analogtechnik, ist dagegen tatsächlich trivial. Da kann man auch noch genug rumkacken, wie man ja so sieht. Ach du Scheiße, jetzt muss ich hier die RIA aber mit den Bauteilen und die Widerstände und na 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 und das Netzteil nochmal doppelt so groß und nochmal irgendwie ausgelagert, da muss mindestens einen Meter daneben stehen und ihr kennt diesen ganzen Schwachsinn, den es ja auch irgendwie im Analogbereich gibt. Na jetzt muss ich hier einen Plattensteller auf Luft lagern und jetzt muss ich hier nochmal so einen Anti-Vibrationsheimer einbauen und jetzt muss ich nochmal den Tonarm aus ganz bestimmtem Weltraumgestein bauen und was nicht alles. ist jetzt nicht so, dass wir Analogfans nicht auch komplett bekloppt sind. Das unterschreibe ich jederzeit, das unterschreibe ich jeden Tag, das ist keine Frage. So, aber die Technik ist halt viel einfacher zu verstehen. Das ist halt das Ding, die Analogtechnik ist, und das ist ja ein Argument, was viele Digitalleute auch bringen, Analog ist doch Steinzeittechnik gegenüber Digital. Ja, das stimmt, das streite ich überhaupt nicht ab, dass das Steinzeittechnik ist. Aber das ist eine Steinzeittechnik, die man genau dadurch auch so schön einfach in den Griff kriegen kann. Dann probier das mal bei Digitaltechnik. Je mehr Ahnung du hast von Digitaltechnik, desto mehr Probleme kannst du an der Technik aber benennen. Unterhaltet euch mal mit Leuten, die sich wirklich im Detail tief damit auskennen, was die euch an Problemen aufzählen können, was da alles eine Rolle spielt. Das ist unendlich. So, das ist halt das Ding. Ich finde halt, Analog hat seinen Sound, hat seine Berechtigung, hat bis heute seine Berechtigung. Es gibt ganz klar Sachen, die ich auf Analog ganz definitiv bevorzuge gegenüber Digital, aber ich finde auch, Digital hat seine Zeit und Digital ist auf einem Niveau angekommen oder war vielleicht schon von Anfang an, weil es gibt ja auch wirklich Digitalgeräte, die so kurz nach der ersten Generation von Geräten aufgeschlagen sind, die so erschreckend gut sind. Es gibt Digitalgeräte aus den 80er Jahren, wo man nur niederschlägt, so gut sind die. Definitiv gibt es das. Aber der Sound ist nicht der gleiche wie bei Analog. Das ist er einfach nicht. Zum Musikhören trotzdem klasse. Die Frage ist, ist analog oder ist digital besser, ist für mich einfach keine Frage, die an irgendeiner Stelle Sinn macht. Tut sie einfach nicht. Ich habe gerade davon gesprochen, Miles Davis habe ich auch auf CD. Ja klar, wenn ich irgendwo hineiere, nehme ich keine Platten mit, dann nehme ich CDs mit. Ich will nicht, dass meine Platten in der Sonne liegen und die sind dann hinterher alle gleichmäßig krumm gerödelt und dann passt irgendeiner nicht auf und batscht mir da erstmal ein Kratzer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich nehme eine CD mit, fertig. Allein dafür hat das schon seine Berechtigung. Allein dafür. Und das ist immer noch auf jeden Fall gut genug, um damit eine Anlage beurteilen zu können, weil das will ich ja in der Regel. In der Regel bringen die Musik mit, um eine andere Anlage anzuhören und dann zu sagen, es ist schön oder nicht schön. Und dafür reicht mir eine CD hundertmal aus. Wenn das klingen würde wie ein altes Grammophon, dann wird das ja nicht gehen. Aber ganz offensichtlich klingt das gut genug, um damit easy eine Anlage beurteilen zu können. Das alleine spricht ja auch schon Bände über die Qualität, die aus einer CD rauskommen kann. Das ist für mich einfach nicht dieser Fetisch. Das eine ist ganz toll und das andere ist ganz fürchterlich. Bei der Musik, die ich höre, das ist potenziell älteres Zeugs. Die einzige Ausnahme ist halt Filmmusik. Das ist neuer. Das funktioniert auch meines Erachtens digital deutlich besser als analog. Aber weil ich von Filmmusik abgesehen höre, das meiste stammt aus einer analogen Zeit und deswegen höre ich analog auch verdammt gerne. Ich habe aber ja hier jetzt mit mir das Selbstexperiment gemacht mit einem sehr billigen Streamer. Habe ich jetzt wirklich mehrere Monate lang mich gezwungen, du hörst keine Platte und ich habe das auch durchgezogen. Ich habe wirklich mehrere Monate lang keine Platte gehört. Ich habe nur und trotzdem sage ich das war gut genug um Freude an der Musik zu haben. Definitiv. Langes Gelaber eine Stunde zehn nicht schlecht fast so lang wie Apokalypse noch. Ich bin gespannt mit Sicherheit wird das viele triggern. Hab in die Kommentare mit euren Meinungen und so weiter denkt dran Beschimpfungen werde ich löschen. Ihr könnt gerne komplett anderer Meinung sein und da doch alles ganz doof finden was ich erzähle. Lese ich mir auch gerne alles durch. Aber macht das sozusagen in einem anständigen Rahmen. Wir müssen uns hier nicht gegenseitig beleidigen. In dem Sinne bleibt mir gewogen und natürlich Glück auf!